Auf jeden Fall ist der Emissär ein bisschen, ja, nicht sehr schlau, möchte ich mal sagen. Autsch, jetzt hat er mich erwischt. Aber er hat mich Gott sei Dank nicht vergiftet. Wir sind wieder auf See und ich bin auf Kurs, auf mein nächstes Ziel. Ich weiß jetzt schon wieder nicht, was ich da markiert habe, aber es ist egal. Ich kontrolliere mal gerade meine augenblickliche Position. Das sieht gut aus. Und, Mist. Oh. Das dürfte nicht mein normales Ziel sein. Ich glaube jedenfalls nicht. Das ist eine Insel, die ich noch nicht kenne und die sieht irgendwie nach Spinneninseln aus. Jo. Ich will sie zumindest mal kartografieren. Auf der anderen Seite, eventuell, habe ich hier Glück und kann eine andere Aufgabe erledigen. Nämlich, auf den Spinneninseln gibt es ja die Mr. Bones Taverne. Und wenn ich Glück habe, oh, da ist sogar noch eine kleine Insel, sehe ich gerade. Gibt es hier sogar eine Mr. Bones Taverne. Und dann könnte ich ihm seinen Bestellten rumgeben und dann lerne ich Mr. Bones vielleicht persönlich kennen. Mal schauen. Das da, das könnte schon fast die Taverne sein. Die ist ja... Uh, ja. Der Nebel ist typisch. Das ist eine Sumpfinsel und die ist immer sehr neblig. Jetzt versuche ich möglichst geschickt zu landen. Beidrehen! Ui, ah, das wird knapp. Na, egal. Passt. Okay, da sehen wir schon die Spinneneier. Oh Mann. Was nehme ich denn an Munition mit, beziehungsweise an Waffen? Poison, Poison, Froststrike, das ist schon mal nicht schlecht. Gift gegen Gift. Auch Spinnen lassen sich vergiften. Eins hier, Lovely Pirates Cutlers. Den habe ich, glaube ich, sogar ausgestattet. Jawohl. Ja, dann versuchen wir es doch mal. Erstmal markiere ich natürlich die Insel. Wunderbar, da sind wir. Und... Das ist eine Spinneninsel und da gibt es auf jeden Fall immer Gräber. Und ich hoffe, dass es da vielleicht auch... Ich muss mal gerade gucken, ob ich den rum mit habe oder ob ich den irgendwie weggelegt habe. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich habe den nicht mit. Dann müsste er hier sein. Pirate Ale? Nein. Hä? Ah, das kann natürlich sein, dass das ein sogenanntes Quest-Item ist und das müsste da sein. Vintage Spiced Rum. Da haben wir ihn doch. Okay. Dann versuche ich mich mal an den Schlangen... Äh, an den Schlangen, sag ich schon. An den Spinnen vorbeizuschleichen. Aber das Silber nehme ich trotzdem mit. Danke. Und kontrolliere mal gerade die Spinneneier. Da ist nämlich manchmal Geld drin. Hartmut nehmen wir auch. Äh, lieber... Dass ich mich so ein bisschen verteidigen kann. Das könnte auch eine Höhle sein. Und in eine Spinnenhöhle. Ich weiß nicht, ob ich da schon rein will. Die sind schon ziemlich heftig. Das wird eine Höhle sein. Oh ja. Beware Spiders. Hm. Nehmen wir eben das, was hier draußen liegt. Leere Flaschen. Ja, komm. Eisen. Bisher bin ich noch von Spinnen verschont worden. Das war neu. Es hat ja einen neuen... Book Supply Case. Ah, Quest Item. Das habe ich ja vom... Vom Seehändler. Das soll ich ja abliefern. Ich hoffe, ich habe das auch markiert, wo ich hin muss. Irgendwann werde ich da wohl auftauchen. So, ähm... Gut. Bisher sehe ich keine Spinnen. Das ist normales Holz. Ah, komm. Nochmal Eisen. Ah, da sitzt eine Dicke. Im... Nebel. Es gibt übrigens... Spezielle Spinnen. Die sind noch ein bisschen gemeiner, aber die haben sehr gutes Loot. Das sind sogenannte Mist Walker. Das ist aber normaler. Ah, die sind so schnell. Lauf! Dreh dich nicht um. Lauf. So. Blub, blub, weg bin ich. Mein spezieller Trick. Da haben wir wieder die Kampfmusik. Die Trommel im Hintergrund. In der Zwischenzeit kann ich hier ein bisschen looten gehen. Wow. Gute Perle. Die Kampfmusik ist aus. Das heißt, die Spinnen hat aufgegeben. Ich könnte gleich nochmal. Oh. Nur, dass sie mich nicht vergiftet. Jetzt kämpft sie. Ich weiß nicht, gegen wen sie kämpft, aber sie kämpft. Blub, blub. Ja. Und das war's. Hallo, Spinnchen. Teilweise verdaute... Tasche. Mal gucken, was in der Tasche drin ist. Moment, die Sachen werden ja immer bei den Lebensmitteln einsortiert. Open. 53 Kupfer. Okay. Nehmen wir mit. Ups. Jetzt wäre ich beinahe in die nächste Spinne reingelaufen. Ich würde ja gerne... Ne, ich trau mich nicht. Irgendwie scheint... Oh, sie hat mich gesehen. Das war auch zu offensichtlich, was ich jetzt gemacht habe. Ich höre im Augenblick keine Kampfmusik. Solange ich nicht. Da muss er doch sein. Da im Wasser. Jo. Einschlag. Nochmal Silber. Ein Websack. Och, da ist schon die nächste Spinne. Nehmen wir mit. So, Pfeile habe ich ja genug. Irgendwie hat sie mich erwischt. Aber ich habe sie auch erwischt. Verdauter menschlicher Knochen. Lecker. Aber viel Schaden hat sie nicht gemacht. Okay. Oh. Die haben sich alle hier auf der Seite versammelt, die Spinnen. Die nächste umgehe ich jetzt einfach mal. Da ist noch eine. Ich will eigentlich nur Mr. Bones Taverne. Ich hoffe, dass der hier ansässig ist. Holz. Oh. Das sind ja noch richtige alte Ruinen. Ja, das wird aber nicht Mr. Bones sein. Der ist woanders. Hartholz. Hier muss ich aufpassen. Hier werden es mit Sicherheit. Eins. Überschleichen. Ich sehe da eine Spinne. Aber hier sind mit Sicherheit mehr. Greenwood. Gibt es nicht noch irgendwie ein Gebäude? Oder was so halbwegs wie ein Gebäude aussieht? Ein paar Spinneneier. Plündern. Ich hoffe, dass dann keine Spinnen mehr rauskriechen. Ups. Da ist die nächste. Das könnte einer dieser speziellen Spinnen sein. Die sieht mir ein bisschen größer aus wie die anderen. Das ist ein Mistwalker. Ein Nebelwandler. Lauf. Die sind ziemlich heftig. Gut, dass ich so lange die Luft anhalten kann. Ich höre keine Kampfmusik. Äh. Zwei Mistwalker, oder? Der eine steht jetzt da. Die haben auf jeden Fall gelbe Hinterteile. Jo, das war er. Ab ins Wasser. Jetzt schwimme ich in die andere Richtung. Denn in die Richtung, in der ich eben geschwommen bin, da möchte ich nicht weiter schwimmen, weil da war noch ein zweiter. Mistwalker. Tja. Mistwalker. So. Man sieht. Schön hässlich gelb gefärbt. Aber. 35 Kupfer. Ein. Der Trank des Schülers. Oder des Studenten. Und ein Spinnenauge. Die Spinnenaugen, die bringen ziemlich viel Geld beim Händler. Ich glaube, das ist noch ein Mistwalker. Jo. Lauf. Nee. Immer dieses Toggle vom Rennen. Ich habe jetzt mehrere Spiele, in denen das vorkommt, aber irgendwie bin ich da immer noch nicht dran gewöhnt. Oder ich habe mich nicht dran gewöhnt. So. Oh, noch ein Mermaid's Token. Sehr schön. Vorsicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Spinnen, die verhalten sich auch ein bisschen anders. Seit dem letzten Update auf jeden Fall. Nup, nup. Schnell weg. Bei der Gelegenheit noch ein bisschen looten. Unter Wasser looting. Mein Liebstes. Es könnte natürlich sein, dass er wieder in die Richtung geht. Nee, erstmal nicht. Hm. So, das müsste jetzt aber... Ja. Und da ist schon die nächste. Ach, das war eine normale Spinne. Das war der Mr. Walker. 42 Kupfer. Wieder ein Spinnenauge, ein Repsack. Und wieder den Trank des Schülers. Wo haben wir die? Hier. 12 Gesundheit, 5 Constitution. Nicht übel. Nehmen wir mit. Das Einzige ist, dass es natürlich immer schwerer wird. Dass ich immer schwerer werde. Vor allen Dingen. Silber. Nett. Kupfer. Silber. Hm. Hier ist gutes Loot. Ich werde wahrscheinlich hier wieder alles finden, nur nicht das, was ich suche. Nämlich Mr. Bones Taverne. Aber versuchen kann ich es ja mal. Ohne. Dieser Gewebesack, den ich hier teilweise einsammle, der ist übrigens, ja, wieder mal nix wert. Ein Kupferstück. Das ist nichts von dem, ich wüsste, was man damit anfangen kann. Oder dass man damit was anfangen kann. Ohne. Jokes for Pivots. Bitte nicht. Honig. Nett. Ja. Das war auch nicht schlecht. Es wird schon dunkel. Das da. Gibt zwei Möglichkeiten, was das da vorne ist. Entweder eine richtig dicke Spinne oder Mr. Bob. Da ist aber noch so ein Gebäude. Das ist die richtige dicke Spinne. Das ist der Emissär. Hm. Ach. Komm. Ich habe noch genug Pfeile. Ich habe leider nur nicht mehr genug zu essen, sehe ich gerade. den Trickere ich mal an. Und lauuf. er ist ziemlich fett ich weiß nicht ob überhaupt schon mal eine queen zu sehen bekommen haben das ist die spinne ist natürlich noch größer logischerweise auf jeden fall ist der emissär ein bisschen ja nicht sehr schlau möchte ich mal sagen jetzt hat er mich erwischt aber er hat mich gott sei dank nicht vergiftet sonst würde ich die gift wirkung jetzt noch merken man kann die mittlerweile ich hätte es nicht sagen sollen und kann sie so leicht umgehen nein ist jetzt los hallo ich hänge fest mal gucken ob ich den emissär noch unterkriege habe ich was zu essen mit ach ja die sind ja für unterwegs damit die mannschaft kampfbereit bleibt jawohl ein schlüssel was war denn das für ein schlüssel adventurous key so dann gucke ich mir mal die lauer des emissärs an die lohnt sich nämlich auch er hat hier schon mal ein paar ex kollegen die hat er erwischt und eingesponnen sailor's potion leer leer vier kupfer ja noch einer und silber es wird dunkel aber gerade auf diesen inseln ist das natürlich eine gute sache da haben wir es wiedergefunden ich weiß nicht ist das jetzt beim ne wird wahrscheinlich bei den crafting materialien sein rock salt also steinsalz das da kann ich salz raus craften okay das ist neu muss mit dem letzten update gekommen sein das könnte aber wenn ich glück habe müsste bones taverne sein dann hätten wir ja ich glaube das ist sie mr bones taverne da sind wir jawohl jetzt bin ich mal gespannt ich durfte da ja nicht rein bis ich käse also hier sieht man es noch mal also die taverne ist gerade geschlossen weil er sich in selbst mitleid suhlt und das einzige was ihn aus der aus der tiefen grube der verzweiflung herausholen könnte wäre eine flasche von vintage spiced rum alter gewürzte rum ok und wenn ich sowas bringen würde dann würde ich eingelassen werden er in diese flasche ja wir haben die flasche also enter ja das habe ich mir schon gedacht dass mr bones ich stecke den ich hoffe dass er freundlich ist er will ja einen rum haben dass mr bones natürlich ein skelett ist hallo mr bones ich glaube ich kann meinen knochigen augen nicht trauen jemand hat tatsächlich es geschafft endlich eine flasche rum zu besorgen um den alten mr bones aufzuheitern es ist ein schöner tag führbar so da meine laune sich gebessert hat kann ich die kann ich dich vernünftig in meiner taverne willkommen heißen so und ich frage jetzt mal moment mal wieso bist du eigentlich am leben äh du meinst wie wie es geht dass du mit einem knochigen skelett sprichst das ist eine sache die eigentlich kein mann jemals machen sollte aber ah ja da haben wir es das habe ich david jones zu verdanken david jones äh wer pirates of the caribbean kennt der kennt auch david jones und er hat mit david jones wohl schlechte erfahrungen gemacht ei so ähm er hat sich auch einige andere namen über die jahre zugelegt und es ist gesagt jetzt müssen wir mal gucken dass er einem jedes bedürfnis oder jedes verlangen stillen kann solange man etwas dafür bezahlt und das wird wahrscheinlich meistens seine seele sein keiner weiß wo er wirklich herkommt es ist meine meinung dass er gar keine person ist jedenfalls nicht mehr okay äh was hast du denn von ihm gewollt also wie die meisten bin ich natürlich äh habe ich den handel mit david jones eingegangen ich war verzweifelt meine oh meine frau war krank und äh sie hatte nur noch wenige tage zu leben und so habe ich einen zauberdoktor äh konsultiert ein seher oder eine seherin some called her also muss das doch ohne serie ja ah her name was jesebel und äh sie machte den äh den vertrag mit david jones für dich jetzt ist es ein bisschen schwer zu erklären aber in in im endeffekt ja also ich habe mit david jones gesprochen und er hat mir einen handel angeboten meinen körper für die gesundheit meiner frau und das war ein handel den ich bereit war einzugehen so ich äh möchte oder ich hätte mir nicht mehr gewünscht zu leben wenn wenn ich nicht mehr an eleanorseite sein hätte können und so habe ich den handel akzeptiert okay und was ist dann passiert so äh er hat äh seinen seinen teil des handels eingehalten innerhalb weniger tage wurde meine frau wieder gesund und wir haben wochen zusammen verbracht und unsere zweite lebenschance genutzt und ich habe schon fast gehofft dass david jones den vertrag vergessen hätte aber ne hat er nicht denn eines nachts kam er und hat mich in meinen träumen aufgesucht und was hat er gemacht er hat mir erzählt dass äh ich sein eigen bin naja es war traurig aber ich musste dafür wirklich sterben damit meine frau halt leben kann aber er hat mich übers ohr gehauen er hat sich übers ohr gehauen so äh nach meinem traum bin ich zu hause aufgewacht ich dachte das war nicht wirklich wahr also es war ja ein traum und ich hatte mich schon von dem vertrag befreit gefühlt und dann habe ich mich angeguckt und habe gesehen was passiert ist david jones hat meinen körper genommen aber nicht mein leben und deswegen laufe ich jetzt als skelett rum so äh bevor äh ich also weiter äh erzählen kann oder bevor ich überhaupt mich äh ja prozess äh fertig machen konnte tarnen konnte ist eleanor erwacht und naja sie war natürlich erschrocken äh und ist geflohen ja ich habe versucht äh hinterher zu laufen aber ich bin nicht mehr so beweglich in dieser form wie ich mal war und ja sie lief tief in den Wald und da konnte ich sie halt nicht mehr finden so und wie bist du jetzt hier in der Taverne gelandet nach einiger Zeit äh habe ich es aufgegeben eleanor zu suchen ich vermute oder ich ich sah es ein dass es so keinen Zweck mit uns beiden hatte und so habe ich dann beschlossen mich äh auf diese auf 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 diese Verlassung in den Inseln zu begeben wo sich kein Mensch hintraut und weiter oh Gott das ist eine lange Geschichte hier genau ich schlafe auch bald ein Mr. Bones ich glaube ähm ich äh amüsiere mich so oder ich ich fand es ganz amüsant hier eine Taverne aufzumachen für irgendeine Seele die mutig genug war sich in äh die die Marschlands in die äh na Marschen in die Sumpflande zu begeben und äh ja zu meiner Überraschung hat es auch wirklich für ein paar Jahre funktioniert ne Moment it worked for a few years jemand hat ihn angegriffen und mit und mit einigen bin ich sogar befreundet worden okay schön äh die äh kunden die haben aber irgendwann aufgehört mich zu besuchen und das Gewicht der ja der ewigen Verdammnis setzte sich schwer auf mein Gemüt aber und ich hatte meinen Lieblingsrum nicht mehr und deswegen äh diese Anfrage so ist da gibt es denn da irgendeine Möglichkeit dich von diesem Fluch zu befreien jetzt wird es spannend da kommt wahrscheinlich eine nächste Aufgabe zu ja da könnte tatsächlich eine sein aber ich kann es nicht in dieser Form des Skeletts machen ich brauche Hilfe und es wird ziemlichen es wird einen ziemlichen Aufwand erfordern ja das befürchte ich nämlich auch aber wenn du mir wirklich ernsthaft äh einem alten staubigen Skelett helfen willst aus diesem äh aus diesem Handel mit David Jones rauszukommen und ich sage natürlich ich helfe klar was soll ich doch sonst sagen eine andere Auswahl habe ich hier nicht das sind wirklich gute Nachrichten also es funktioniert achso na Entschuldigung er arbeitet noch dran wie ganz genau der Fluch aufzuheben ist aber er weiß wie er anzufangen hat er muss auf jeden Fall äh ja David Jones Gefängnis beziehungsweise Locker das ist eigentlich dieser dieser Raum unter Schiffs wo dann äh die renitenten Matrosen eingesperrt wurden und so äh unglücklicherweise ich weiß nicht äh wo der ist aber ich könnte mir vorstellen ich glaube ich weiß einen Weg ihn zu finden ok fangen wir weiter wahrscheinlich muss ich den jetzt finden ok es gab einen Segler namens Klaus tatsächlich der deutsche Name Klaus hier Klaus Störterböcker wahrscheinlich äh der tatsächlich aus David Jones Locker entkommen ist er ist wohl äh seitdem gestorben aber äh ich war in der Lage seinen Geist zu kontaktieren mhm interessant wir brauchen eine äh Seerkugel also eine äh äh ja eine Glaskugel eine Kristallkugel und das ist ein seltenes Artefakt äh was auf jeden Fall äh gestattet mit ja mit geistigen Entität äh in Kontakt zu treten und auch ihre äh ihren Aufenthaltsort zu sehen du könntest eventuell in der Lage sein in einer alten äh Kiste in Ruinen diese Kristallkugel zu finden und äh ich würde meine Suche hier beginnen wahrscheinlich kriege ich gleich wieder eine Karte und hier ist a map to some ruins jawohl ne höchstwahrscheinlich oder vielleicht findest du dort die Kugel wenn nicht besuche einige andere Ruinen bis du sie gefunden hast naja hier ist übrigens auch noch eine Karte zurück zu meiner Taverne so kannst du den Weg zurückfinden continue oh ich hab's geschafft Runrunner Quest complete Quest started in search of an orb kann ich aber nichts nehmen naja Mr. Bones ähm wollen wir mal gucken was wir mit dir anfangen können eigentlich hat er hier eine schöne guck mal oh hier kann ich sogar pennen cool er ist nicht schlecht ausgestattet also die Taverne ist nicht schlecht krieg ich noch was zu trinken nur so ein Schlückchen auch von dem Rum oder so naja ich will ja nichts wegtrinken oh hier hat sogar das ist neu wusste ich nicht vielleicht gibt's hier auch noch andere Aufgaben breed on mermaids nein looten kann ich hier nicht ich kann nur Bücher lesen ich weiß nicht ob ich das irgendwann mal looten kann aber muss ja nicht sein ich hab von dem Zeug mehr als genug und es ist Nacht das werde ich jetzt nochmal ausnutzen um vielleicht ein bisschen Moonrock zu sammeln ich brauch noch was zu essen ähm Angelfish da hab ich noch kein Rezept für dann kann ich den Fisch auch mal essen oh das reichte schon so ich ich nehme erstmal wieder die das Schwert in der Hand wenn ich Glück habe überall wo es leuchtet das kann leuchtender Nebel sein aber da da hinten das könnte auf jeden Fall Moonrock sein ich muss nur aufpassen dass ich jetzt nachts keiner Spinne in die Fänge laufe hä? Moonrock Wayne jawoll äh ich geh mal lieber in Schleichmodus sicher ist sicher hoffentlich kriegen mich dann die Spinnen nicht mit Moonrock wunderbar da leuchtet es auch ich halte auch so ein bisschen Ausschau nach einem etwas grünlicheren Leuchten Moonrock ist ja toll das ist natürlich direkt eine Spinne in unmittelbarer Nachbarschaft und Mistwalker Autsch ich hab ihn hey wieder keinen Schaden genommen ich bin überrascht ich hätte gedacht eben hätte mich einmal erwischt ich glaube seit dem Update haben sie wohl auch so ein bisschen was an den an dem Schaden den die Spinnen machen geändert das war sonst immer sehr heftig ja immerhin Mistwalker lohnen sich durchaus Kupfer denn sie haben immer gutes Lot wo ich schonmal dabei bin ein Spinnenbaby hab ich erwischt naja das wird sich nicht mehr auswachsen glücklicherweise hab ich ja schon ein paar Spinnen erledigt das heißt also ich hab vielleicht Glück dass ich nicht mehr in allzu viel Spinnen reinlaufe ich kletter mal hoch vielleicht kann ich von da oben mehr sehen nein ich wieder Tales from the Sea es gibt übrigens jetzt einen Bücherschrank den ich hier stellen kann den kann ich auf meinem oh da leuchtet was da da bin ich drauf aus das müsste nämlich diese interessante Pflanze dieses Nightblum sein ja ist es Nightblum und da hab ich sogar eine wenn man Pech hat bekommt man nämlich nur Pflanzenfasern war hier noch eine da ist mein Schiff eine Nightblum Mann Moment ist das das müsste bei uns Taverne ich hätte andersrum laufen sollen okay aber ich hätte gerne noch mehr von dem Nightblum Moonwalk natürlich auch ich glaube die meisten Spinnen habe ich erwischt aber ich bin trotzdem vorsichtig das war das Netz genau das war das Netz von dem Emissär ich weiß nicht ob der hier noch liegt ich glaube der leuchtete nämlich auch so schön blau die Seite mal kontrolliert hier nicht dass ich hier irgendwas übersehen habe oh und das Springen das klappt jetzt so gut seit dem letzten Update das muss ich sagen das gefällt mir unglaublich das war am Anfang wirklich immer schwierig ja aber hier gibt es leider wenig Moonrock und dein ich glaube hier waren wir schon mal oder ne hier war ich auch noch nicht ich will immer alles einsammeln Salz das brauche ich da nicht herzustellen aber ich glaube Salz habe ich mittlerweile auch genug ich sehe nichts schade ja und hier sollte man auf jeden Fall immer gut aufpassen dass man auch wieder runterklettert denn es gibt durchaus Fallschaden jetzt laufe ich schon wieder in die falsche Richtung ich wollte nochmal so über die Insel laufen denn hier bin ich ja eigentlich überall gewesen möglichst nach oben schnell nochmal was essen Treasure Chest ach ja weil ich ja eine Aufgabe erledigt habe die gucke ich mir aber erst an Bord an das haben wir oh man wie wie knapp haben die das denn gemacht ups zwei Moonrock ein Nightbloom tote Spinnen ja so gefallen sie mir am besten da da ist noch eine bitte 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 ja aber vielleicht haben sie das auch korrigiert dass man jetzt wirklich von jeder Nightbloom dann wenigstens auch wirklich die Blüte bekommt und nicht nur Pflanzenfasern Moment habe ich das nicht schon geknackt das sieht so naja ne aufsichtig nicht und ich muss noch eine ganze Menge es wird schon Tag letzte Chance da habe ich mich jetzt nicht angetraut da lauert noch eine Spinne ich würde ja würde mich schon reizen so ist es nicht aber ich lasse mich schon wieder zu sehr ablenken das ist mein Problem ich habe ja immerhin noch hier ein Ziel aber ich will nicht sagen wir haben Mr. Bones Taverne gefunden wir haben uns eine traurige Geschichte angehört und wir haben eine Aufgabe von ihm übernommen und die wird richtig heftig ich befürchte das bleibt nicht dabei dass wir nur diesen diese Wasaga-Kugel diese Kristallkugel hier ist da ist mein Schiff hier ist auf jeden Fall alle schon gelootet und jetzt brauche ich auch nicht mehr nach diesen Pflanzen zu gucken beziehungsweise auch nicht nach Moonrock denn die sieht man wirklich nur bei Nacht so genug gelootet ich bin echt überrascht dass ich da so ohne Blässe und warum gekommen bin so was können wir denn gucken äh kochen ich bin noch so ein bisschen auf dem Englischen so ähm erstmal leckere Schweinesteak das kann ich mir auch gleich mal hinter die Binde schieben und dann gucke ich mal in die Schatzkiste die ich von Mr. Bones bekommen habe wow Fine Striker Ring 3 Unspent Talents 3 mal Stärke 3 mal Agility also Beweglichkeit das müssen wir gleich mal angucken Starminder Potion Potion of Agility noch eine starke Starminder Potion und einen Diamanten nicht schlecht das kann ich schon mal ein paar Sachen wegpacken dazu schalte ich hier auf Edit das sind also die Sachen die zum Schluss äh in beiden Inventar gekommen sind ne das kann nicht sein Edit aber das Bermit ich hab noch keinen Bären erlegt Käse hab weiß ich ach so ähm man sollte dann natürlich die Selektion auf alles schalten dann geht das auch so Diamant geht auf jeden Fall ähm in die Kiste so mit Shift kann ich immer alles transferieren die Spinde gehen auch weg Kupfer geht auch weg Moonrock auf jeden Fall da haben wir die Karte zu Mr. Bones Taverne und die Karte zu den alten Ruinen das ist ja ganz in der Nähe 3 East 7 South das muss ich mir gleich mal angucken Kochöl weg Minbook weg das auch weg denn ja die Schlüssel behalte ich auf jeden Fall weiß was ich so brauche Perlen brauche ich jetzt erstmal nicht Fabric Dye das ist alles zum Craften oder zum Verkaufen oder zum Kochen hier ist beide Ei die sind glaube ich relativ wertvoll ja transferiere ruhig mal alle Digested Human Bone verdauten verdauter menschlicher Knochen braucht mit Sicherheit auch keinen braucht keiner so Eisen Flaschen weg 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 oh noch mehr Ringe noch mehr Sachen die ich nicht kontrolliert habe das hier ist ein Quest Item das heißt das muss ich abgeben und ich habe hier noch die Karte zur zum Hauptquartier der Seeforscher also der Studenten ich hoffe dass das keine schlagende Verbindung ist so okay also insofern schon mal nicht schlecht jetzt will ich nur noch einmal gerade auf meine Karten gucken da gehe ich auch auf Edit damit ich die Karte wieder finde denn ich habe so viele Karten schon wieder hier und die werde ich auf jeden Fall markieren vier da werde ich wohl den Geist von dem Segler Klaus finden und wenn ich Glück habe die Kugel das ist wirklich in der Nähe okay trotzdem ich will erst mal Punkt 3 erwischen wenn ich hoffe dass ich da ja die Piratenuniversität oder die Seestudentengilde finde ich lasse mich überraschen das mache ich aber erst das nächste Mal bis hierhin vielen Dank fürs Zuschauen ich hoffe ihr fandet es genauso spannend wie ich auch die etwas langatmige Geschichte von Mr. Bones aber der ist schon ganz eigener Charakter möchte ich mal so sagen wir sehen uns macht's gut tschüss wir sehen uns bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal und bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020